Steigende Arbeitslosenzahlen, schlechte Konjunktur, hohe Inflation. CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann fühlt sich an die späten 90er Jahre erinnert. Seine Antwort auf die Probleme von heute erinnert an die Lösung von damals. Es bringt jetzt nichts hier und da, meine Abschreibungsregeln zu verbessern, sondern es braucht eine Agenda 2030. Es gehe darum, dass Leistung sich wieder lohne, das Fördern und das Fordern wieder stattfänden, dass der Staat insbesondere die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen funktionierten. Wir sind nicht nur der kranke Mann Europas, sondern laut internationaler Währungsfonds der kranke Mann der Welt. Der internationale Währungsfonds prognostiziert, dass wir das einzige Land sind unter den großen Industrieländern weltweit, was in diesem Jahr schrumpfen wird. Alle anderen Länder wachsen. Die Situation heute ist schlimmer als die Situation von vor 20 Jahren. Wir werden jedenfalls als CDU, CSU, Bundestagsfraktion und auch als Partei diesen Plan, diese Agenda 2030 vorlegen, und zwar in den nächsten Wochen. Der CDU-Politiker knüpft damit an die im März 2003 vom damaligen Bundeskanzler Gerhard Schröder angekündigte Agenda 2010 an, mit der die rot-grüne Bundesregierung dann den Arbeitsmarkt und das Sozialsystem in Deutschland reformierte. Linnemann wirft der Bundesregierung und Kanzler Olaf Scholz vor, keinen Plan für die Bewältigung der aktuellen Probleme zu haben. Er braucht ja keine Vision formulieren. Aber zumindest mal ein Konzept, wie wir dieses Deutschland in den nächsten drei bis fünf Jahren besser aufstellen können, das vermisse ich. Und nochmals, 2009 gab es dieses Konzept bei der letzten großen Rezession. Und deshalb brauchen wir dringend Wirtschaftskompetenz in diesem Lande. Und die vermisse ich in dieser Bundesregierung. Vielen Dank.